Erfolg ist Kopfsache Obstanz-, Biege- und Montagetechnik, die 60 Mitarbeiter und 8 Auszubildenden des Unternehmens, realisieren insbesondere Produkte für die Elektronik-, Automobil- und Konsumgüterindustrie, ohne auf Branchen beschränkt zu sein. Das Leistungsspektrum umfasst den Bereich der Automatisierung von Hochleistungsautomaten und deren Integration in übergeordnete Fertigungslinien. Auch die Erstellung von ersten Mustern sowie die Fertigung von Handarbeitsplätzen oder der Bau kundenspezifischer Haspel-Anlagen gehören zum Leistungsangebot. Lösungskonzepte für intelligente Werkzeuge erhöhen in den Anlagen die automatisierte Prozesssicherheit. Der Jahresumsatz liegt bei 5,2 Millionen Euro. Das betriebliche Innovationsklima wird gefördert. Allen Mitarbeitern stehen 20 Prozent ihrer Arbeitszeit zur Entwicklung eigener Ideen zur Verfügung. Rund 15 Verbesserungsvorschläge bringt jeder Beschäftigte pro Jahr ein. Von der Gesamtzahl werden jährlich bis zu 40 realisiert. Das regionale Engagement orientiert sich vor allem auf die Bildung junger, benachteiligter und hilfsbedürftiger Menschen. Auch der soziale, kulturelle und sportliche Bereich wird unterstützt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017